Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt kommt erstmal einer meiner Hassgegner. Da kann ich auch wieder meinen Insider die ganze Zeit wahrscheinlich rausbrüllen. Komm, ihr schafft das, ihr kriegt das Vieh. Ich finde das mehr lustig als schrecklich gerade. Weil der Baroff ist ja eigentlich richtig grausam. Ich erinnere nur, was der bei Monster Hunter 3 für eine Sequenz hatte. Da war der ja richtig gemein. Und hier ist es einfach nur lustig mit den Katzen. Ein bisschen vollgeschlackt und das war's. Und ich hätte ohne die Spinne auskommen. Und die tragen wieder Material für mich. Sollte mich vielleicht mal auf das Vieh konzentrieren. Ich dachte erst, ich hätte die Spinne jetzt endlich gesehen, aber war das nur der Pilz. So schnell kann man enttäuscht werden. Was hat der hier eigentlich fallen gelassen? Ja, das ist die Taktik, die ich vermisst habe. Zehnmal hintereinander dieselbe Attacke. Wollte grad fragen, kann er sich endlich mal in die Richtung drehen, in die ich auch hinkrügele? Er hat die ganze Zeit nach links und er dreht sich nicht. Hallo, stillhalten. Ich will dich doch nur kastrieren. Tut nicht weh. Ich verspreche es dir. Ich bin darin ausgebildet, Monster zu kastrieren. Bündchen, komm mal her, ich brauch dich. Ich wollte eigentlich auf ihn drauf Dann halt so Und zack War ne dumme Idee Aber wenigstens treffe ich den Schweif gut So, jetzt bin ich schon mal bei grün Ach, grün, bei gelb Wusstet ihr diesen Facts? Shining ist farbenblind Ich wusste es bis heute selber nicht Ich nutze jetzt einfach ne Blitzbombe Da kann der reinglotzen Oder er rennt weg Weil ich wollte ja endlich mal anständig Auf ihn drauf prügeln So, komm her Du solltest dir nicht deinen Schlamm zurückholen Du kleiner, dreckiger Hab ich ihn überhaupt schon runtergeprügelt? Hab ich gar nicht mitbekommen Der Schlamm ist bei diesem Spiel auf jeden Fall anders Früher hat er einen so festgesetzt Jetzt verlangsamt er einen nur Ja gut, auch hier setzt er einen gewissermaßen fest Nein, ich will ihn nicht mit heute sein Nein Einmal kurz voll saufen Nein, so knapp Wieso beträubt er mich so oft? Okay, da treffe ich ihn schlecht Da treffe ich ihn richtig schlecht Ich sollte mehr die Technik bei dem nutzen Weil ich so aus dem Schlammhochboot rauskomme Aua Die da oben warten nur auf meine Leiche Ich hätte es kommen sehen müssen Komm, dreh dich mal kurz um Danke Und er dreht sich trotzdem noch perfekt weg Und ja, ich weiß, dass man mit dem Hammer auch den Kopf eben kurz abbrechen könnte Ich habe sehr viel Spiel auf die Augen Ich weiß das Ich müsste mal eben kurz wetzen Äh, habe ich einen Fallengewer aufgesammelt? Ja, habe ich Kann ich wenigstens in Ruhe wetzen Warum nehme ich mir eigentlich keine Schockfallen mit? Ich habe schon extra Offscreen so viele hergestellt So, komm her, du dreckiger Den trenne ich ab Nein Der ist so knapp dran vorbei Zack Dengstens habe ich die rote Leistung verloren Und das Ding ist endlich ab Ja Der ist überhaupt nicht sauer auf mich Der ist halt echt nicht sauer Der haut einfach ab und wälzt sich wieder Jedes andere Vieh hätte direkt auf mich drauf geschlagen Oh, was liegt denn da? Ja, ja Zack Äh, das war jetzt nicht so stark bei dem Au Wenn we love wäre ich jetzt taub So, zeitlich zu zerstören Wenn ich den schon habe Dann kann ich ihn nochmal futtern Au Nope Oh, der ist fast im Eimer Ich habe wahrscheinlich bei 91% Nein Gefühlt habe ich ihn diesmal überhaupt nichts gebrochen Außerdem schweigt ab Ah, wenigstens meine Katzen und Hunde machen Einen guten Job Komm Ja Ich finde diesen Konter so geil Ich mag den richtig Dieser Tag hat mich früher so genervt Jetzt kann ich die einfach kontern Also klar Ich weiß Bei Generations gab es auch Jagdtechniken Womit man das einfach kontern konnte Aber da hat das den nicht so wirklich zurückgeworfen Warum springst du da ab? Nochmal nachwitzen Ich finde das schön, dass man das auf dem Hund machen kann Wo willst du jetzt schon wieder hin? Raus da Ich habe das komplett verpeilt Gerade mit dem Luftsprung Nein, ich hatte die Tasten noch gedrückt Wenigstens diesmal habe ich den Konter hinbekommen Er stirbt jetzt wahrscheinlich eh Als ich ihn brauche, habe ich den Pfeigenkäfer ja Ich habe ihn ausgerüstet Ich wollte eigentlich den Sprunglieb machen Den hier Und zweit mal verfehlt Wunderbar So Jetzt wirst du geschnitzelt Und es ist tot Ja Durch das Geschirr sieht mein Hund mehr so aus wie ein Vogel Das kommt dabei raus, wenn man ein Hund und ein Vogel paart Dann hat man sowas Ist das Songtext, den sie da singen Eigentlich auch jedes Mal anders, wenn man die Sprache anders einstellt Ich habe das jetzt auf der Monster-Unter-Sprache Ich habe noch nie gesehen, wie ihn Ketsu frisst Und das sieht einfach ekelhaft aus Alter So sieht der Ketsu ja richtig wie ein Horror-Monster aus Ich kenne den halt aus früheren Spielen Nur da war der halt noch nicht so scary Alter, der hat mir gerade Gänsehaut ein bisschen gemacht Einfach weil das aussah wie aus einem Horror-Film So, du und ich Wir haben jetzt ein Date Und meine Waffe ist unser Verbindungsglied Aua Danke Barobi für die kleine Ladung Die haben das Design von Ketsu ein bisschen überarbeitet Sieht jetzt noch ekelhafter aus Sieht jetzt aus, als ob der auch noch Radar über seine Haut hat Das war früher nicht so Das sieht voll ekelhaft aus So, was breche ich ihm zuerst? Hintern oder Kopf? Der hat jetzt zwei Enten Ich muss übrigens gestehen Bei Ketsu und Gigi Nox Da hatte ich früher das Problem Dass ich Hintern und Kopf bei denen nicht unterscheiden konnte Ich hatte echt früher das Problem Warte mal Ich benutze die Miefen jetzt einfach nur, damit du hier bleibst Ein Glück, dass ich zurückgeflogen bin Ich war nicht voll genug geladen Aua Nein, 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 nein Aua Der tut mir weh Wieso die Fallruf? Ich will die erste Hilfe Zack Jetzt gibt's auch Mütze Jawohl Was ich hier auch an dem gruselig finde Das ist einer der wenigen Viecher Die keine Musik wirklich haben Also wo das Spiel wirklich stumm wird Jedes andere Viecher hat so eine Jagdmusik Und der hat einfach gar nichts Wart mal hier an der Seite waren doch auch irgendwo Muscheln Ja, hier Die brauch ich Waren hier am Rand nochmal diese Muscheln Da ist auf jeden Fall dieser Booster Den nehm ich mit Der fliegt grad eh noch rum Da kann ich mir den Booster holen So, noch einmal hinterher rennen Oh, die besuchen sich Komme ich da überhaupt rechtzeitig hin? Weil die fangen doch jetzt einen Revierkampf an Wer ist überhaupt das andere Viecher? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet Ist ja Agnosum das zweite Monster Das zweite Monster ist der Agnosum Was hat der hier zu suchen? Aua, meine Ohren Zack, Aua So Da wird ein Rächer Und direkt die Marionette spielen hinterher Da ich einmal auf den Ketzo drauf kann Ich will hier auch mal den Agnosum mit ihm verprügeln Nice Nice Ich kann jetzt schon den britischen Rächer machen Oh, der Agnosum hat mir gerade leid getan Alter, der hat die Agnosum ja mal richtig auseinander jetzt genommen So Ketsu, ich komme Du und ich Ich und du Ich baue erstmal Ausdauer Weil ich gerade merke, dass ich nichts mehr davon habe So, jetzt können wir weitermachen Ich habe ihm glaube ich bisher noch nichts gebrochen Ich sah nur wieder, dass er die Schockwelle machen wollte Äh, Verwine mal benutzen sollte ich Katze Komm her Riesiger Stinkerhaufen Oh nein Ich bin auch noch genau reingesprungen Ich finde diesen Angriff trotzdem mega gut Ich traue mich aber immer noch Macht er nur drei Treffer, weil die Viecher so klein sind Oder weil er generell nur drei Treffer machen kann Aber bisher hat er immer genau drei Treffer gemacht Dieser Sprungangriff Du bist doch gerade erst hier hingekommen Und schon willst du wieder ans andere Ende der Map Was soll denn das? Jetzt habe ich den ganzen Weg einmal über die Map rennen Jetzt habe ich noch einen Booster aus Versehen eingesammelt War nicht beabsichtigt Der rennt einmal in die Elf Ich könnte mal gucken, ob die Marionettspinne schon wieder da ist Nö, die will nicht Ich wollte gucken, ob hier jetzt die Hülle war Die war offenbar einen weiter Rennt doch einfach darüber Charakter, wo ist das Problem? So Jetzt hole ich auch noch das letzte bisschen aus hier raus Die Kröte wurde aktiviert Da schläft irgendwas Irgendwas habe ich gemacht Wenn ich es hätte er dabei drücke, dann mache ich nochmal einen richtig krassen Angriff Ich müsste ihn jetzt eigentlich fangen können Danke, Zamite, dass du mich auffällst Hab es Er jagt es es nicht Es ist gefangen Aber cool, das wusste ich auch noch nicht Und wieder was dazugelernt Würde mir doch nützlich sein Dass ich einmal so einen Schnitt durchmalen kann Und dann nachfolgend mehrere kommen Der war aber trotzdem vom Angriff her schwächer Ja, das war's mit der heutigen Folge zum Monster Hunter Rise Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020